Ich hoffe nur gar nicht, es ist beendet. Ja, aber ich wollte jetzt nicht einen kleinen Festplatsspeicher verbeuten. Jetzt sind wir wieder hier. Bei der in Verbindung müssen wir mal kurz abstürzen und unsere Spielverlust zerstören. Also ruinieren, nicht zerstören. Spielspaßerlebnis 0. Da ist es ein Tag des Leidens für mich. Oh Mann. Naja, du weißt ja, wo es die erste Grütte ist. Wir wissen ja... Ich habe Skorpion gehört, aber wo ist sie mit dem? Ah, hinterm Pelsen. Ich denke, sie ist schon halbwegs in seine Hütte. Feigling. Zwischiger Camper, ey. Wow. Macht man das so nicht in Shootern, also Campen? In langweiligen Shootern. Filsen war in der Nähe des Bohns. Ah, da hinten. Neben dem brennten Baum. Ah. So, ich habe vergessen, dann können wir einfach was packen. Ah, Kiesel, wer war für Kiesel? Die Kiesel-Family. Nochmal, Kiesel, weißt du, musst dich behauen. Hm. Gut. Geht um. Ah, die ist mal sicher, dass sie neben dem Schädel. Ah, schlechter. Ah, da kommt. Ah. Da. Da ist eine Seite an, die ich auf beiden Linke... Riesene Sprecher. Lass uns das selten. So, ich schieb das Ganze mal auf Vanessa. Oh nein. So, jetzt wieder bei diesem Schädel. Ach, stimmt, ich habe jetzt ein Hühnchen. Ja, diese Hühnchen. Ich lasse mich schließen, wenn ich... ...bei waren. So, jetzt ziehe ich mich auf die Raketen, von denen. Au. Wenn ich von denen hier bei hier laufen. Also, ich... ...schoss von der Kier. So, jetzt machen wir nicht so viele Giskap verlieren. Oh, da noch ein Moment. Weg mit den Stechern. Ob ich da einiges Stecher füge? Oh nein. Das wäre besser, wenn ich mal ein Umfeld konzentrieren. Guck mal, ich kann halt mir vorgesehen, mehr Schatten bei Gegnern als der Krippenwerfer. Das ist irgendwie doof. Okay, schon mal leben. So. So, rechts. Ja, da ist geheimer Pfad. In der heimischen Pfad. Kein Secret Tunnel. Keine Geheimung, 200 Gebenwerfer. Na, kommt wieder Kiesel. Nein, nur um dich nicht. Na, wissen wir nicht. Und hier links da auch noch ein Geheimes. Geheime, Geheimsachen, die sehr geheim sind. So geheim sind, die ich nicht sehe. Ah, da vorne, ja. Geysir. Geysir. Ja, da muss man eben so lang. Ich müsse hin, ja. Ja, ist nicht sehr gut mit dem... Hallo? Treffengenauigkeit für diesen Kassier ist nicht sehr gut. Okay, das hat gerade ein bisschen geleckt. Ja, ist nicht gut. Lass mich hoch. Typ der Neid. Der Neid! Fährt, habe ich an irgendwas abgeprallt? Jetzt bin ich oben. Serious Bomber! Ja. Oh! Packy. So. Und ab mit den Drachen. Oh nein, jetzt Quake. Anschwilung. Oh, doll. Das war mein Gesicht. Hm. Ah, schöne Frauenleuchter. Okay. Wer hat das? Nein. Eine sehr ämenöse Höhle hier. Oh. Ist das ein... ...Karmoransparadies? Oder wie der Typ nochmal hieß. Marco kam auch ran. Oh nein, ich sterbe. Was ist das für ein Wurm? Ich kann mich aus einem dummen Lava raus. Ja. Das ist ja gegen Wurm. Ja, das ist irgendwie Wurm. Da hinten sind Bowlingkugeln auf der anderen Seite. Ja, ja, ja. Wurm. 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 Ja. Ja, Bowlingkugeln. Uh. Oh nein, du wirst nicht ran. Ja, keine Sorge. Du wirst schon überstehen. Wenn nicht, ist es für unser Hals wieder. Und hier ist eine Lebenskraft. Oh, schöne Ruinen. So, weil ich nicht immer vorgehe, den ganzen Spaß klauen. Erstmal. Diebstahl. Ja. Spaß, diebstahl. Na gut, du warst ja auch damals Garrett, ne? Ich bin jetzt tot. Oh, Tina, von oben. So, hier dann hier ist es nochmal, ist es secret. Hier vorne. Auf jeden Fall. Genau. Das ist secret. Birdjumper, okay. Ja. Oh, Minigun. Oh nein. Die muss ein bestimmtes Wort eingeben. Es ist das erste Wort im Titel des Spiels. Serious? Ja. Vorne ist es schon mal am Anfang. Ich kann dir postivieren, wenn du möchtest. Es ist eine S. Ja, ich habe gerade auf die Wand gekommen. Ich habe mich erst mal gefragt, muss ich da raufschießen? Und dann habe ich gemerkt, wir sind ja hier auch. E. Ja. I. O. U. S. Der Hälschung hat es überlegt. Das ist jetzt nicht so scheiße wie im... Wie sowas auch im... Das war das erste Encounter, wo wir so was ähnliches hatten. Immer wie mussten... Springen. So Flumiball-mäßig springen. Genau. Das ist ein extra Leben. Brauchen wir eh nicht. Ich glaube schon... Ist wieder... So zurück. Ich möchte nicht wieder mein ganzes Lebensjahr verlieren. So. So, jetzt sind wir in den letzten Level. Letztlich bin ich in diesem Level. Minigau. Minigau. Ja. Minigau. Nur mal vier. Nein. Ja. Und die Seite. Weg mit dir, Stecher. Mhm. Da bist du der einzig wahre Stecher hier. Oh, ich sehe es geht hier. Hinter der Wand. Hier, von dieser Perspektive kannst du ihn. Ah. Du warst echt ein... Fake-Stecher. Du warst irgendwie so ein Faker. Faker. Hätte man eigentlich hier lang gehen können, dann hätten wir ihm Hinterhalt stellen. Mhm. Das ist ein Hinterhalt... Hinterhalt... Ein, der stand ja so. Vorsicht, Lava. Wir wollten uns den Hinterhalt stellen, wenn wir hier durchkommen. Aber was wäre... Was ist ein Hinterhalt überraschend? Wenn wir hier lang gekommen wären und dann den Rücken des Klier. Mhm. Pass auf, es ist ein Lauffluss. Pass auf, es ist ein Lauffluss. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich meine, das sehen wir noch so weit vom Turm entfernt? Und sei wie... Im ersten Level sahen sie mir näher aus Ich sehe schon mal eine Bowlingkugel, ich sehe Geld Ich sehe mir Knochen und... Nee, da, das ist im Himmel Komm zum Morgen Sehr nice spawns Oh, die können noch weit gehen Die Würmer können noch weit gehen Zwar nicht sehr schnell, aber sie können gehen Das ist interessant Wir haben heute über die Atomida-Würmer gelernt Und die Hellchicks Und die Hellchicks Ich bin das einzige Check wie hier Das müssen die Hellchicks weg Ich schicke sogar eine Höhle in der Höhle Hellchicks, sondern eine Papierchick Ist gerade eine Fledermaus nach mir geworfen? Ich habe leider nicht darauf geachtet Also kann ich nichts dazu sagen Ah, okay So, darf die Mommission einsam Oder kommen hier wieder Gegner? Bowlingkugel! Nee Okay Wie du sagst, hier ist das Secret Wer? Nee, nee, in diesem Areal ist schon mal Secret Äh, jetzt müsste wie ein Tür... Ah, ja, da vorne ist es schon Hinter diesem Knochen da, am Ende Das reich ist Dann komm ja clear Dann zum Ende Tausende Clears Okay, ich bring mal Geh mal raus Auf dem Canyon-Dingsbereich Was ein Doom-Könien Der Doom-Könien Wohl, das ist Born Yard So, ja Knochen-Hof Ah, das möchte ich mir umbrechen Äh, das greift mich für das Seid an Oh je Ich muss gerade die Bias mit dir verneuten Ja, bis zum nächsten Level Oh nein Und deinem nächsten Level halt Ja, das geht nicht so fast alle Ja Gut eliminiert Jetzt haben wir erstmal die schönsten Sachen Nein Geht, ähm, Rüstung Geld Und Rucksack Fehlt noch nicht voll Du brauchst so ein Geld Wenn du über Knochen läufst Du musst schon jetzt zum ersten Alltag zurückkommen Rüstung Achso, du bist hier Voll Ninja-mäßig Händel-Vorbeigeschlichen Hahaha Chick ist Ninja Ich bin das Ninja-Chicken Aus dem vorherigen Kapitel Irgendwie komme ich da nicht hoch Äh, versuchen wir über die Wirbelsäule Ja Oh, da geht ein Werfer Ich hoch schießen Oh, jetzt wird ziemlich beschissene Lösung So, hab Geld Gut Geld Ja, habt ihr das sehen, da Zombies Check mir halt das Geld Dann holen wir erstmal das Erster ist die Gratier So, ich warte hier Mavik In vorn, das ist ja Eine Wansch Ja Musst du den wieder aufsprengen Ja Okay Sagen wir es sehr auffällig Secretariat ist ja aufwärm So, bekomme ich euch die Nachricht Wenn du das stört hast Oh Nein Nein Ich bin sicher Hör auf, gestechen Wollte er sich gar nicht Ich hab mich auf mich gegangen Mit seiner komischen Sense Ich weiß, der hat eigentlich gar keinen Stachel im Hinterleib Das ist wie komisch Dafür hat der eine Sense Hm, ist ja notgefährlich Der mich stechen wollte Not very nice, oh Hm Gut Wir sind jetzt fertig mit diesem Material Abzunehmen Weiter Durch den Überhaupt nicht gefährlichen Canyon Wo nichts auf uns runter Rieseln kann Oh nein Oh, der Hühnchenblatt Das vergessene Tal Ja Ja Dorn guards Dir ist hier rappy Oh nein Dieser schmale Durchgang Wo dann eine gigantische Frostbespinne runter Riesel kommt Wiss ich nicht Oh, schlechter Habe gerade Flashbacks Ja, mit dabei Ich habe meine ganz eigenen Methoden Dieses Spiel zu trägern Ah, die ganz blösen Spinnenleins Die vom Himmel regen Ah, das war nicht nett Als ich das das erste Mal gespielt habe Oh, Chickenvideos online Das hat mir einfach mal gezeigt Das hat mir einfach mal gezeigt Das schicken die hier online ist Oh, oh, oh Vor allem, als dann die gigantische Frostbespinne Frostbespinne endlich tot war Hat Sirana die einfach wieder blieb Okay, unverschämt Da muss ich wieder wegreden Ja Mehrmals ist da nicht beeindruckt Sehen hier sind alle tot? Nein Oh, noch nicht vor mir Oh, den ist doch Oh, nein Das nächste Jumpman Ich bin euer Gegner Ja, das ist eben hier Nichts erschienen gerade Die Beteiligung Okay Das ist ganz woanders Beteiligung So, dann ist das aus Beteiligung brauche ich gerade nicht Bzw. habe ich voll Aus dem Pferd von der Krankenwagen Na, Chicken, soll ich dich abholen Weil du vorhin wieder von Spinnenerlebnissen erzählt hast? Oh nein Da haben wir sowieso auch so schlimm So ist die Wildwasserbahn der Gefühle Was für ein Leben ist das? So ist mein Leben riskierend Um an ein Leben ranzukommen Ich kann auch nicht mehr sprechen Oh je So Steger Wo bist du eigentlich? Ich habe das Leben geholt Von den Steinen Ich glaube, ich komme ja nicht mehr wieder hoch Steinen und Leben Couch Okay, Rocket Jump Äh, das ist nicht die Rakete Ich habe euch keine Ahnung, wo du bist Oh Das hat sich jetzt nur sowas von nicht geholt Gelohnt, dieses Leben zu holen Ich weiß nicht mal, wo du bist Ich gehe wieder zurück Du rennst gerade von mir weg Sorry, weiß nicht, ob das So, zweites Secret Wer, du sagst mir Ich muss jetzt da hingehen, wo ich kann das Leben geholt haben Dann knall ich dir einer Nein So, diese Beteiligung Äh Das ist, was Die Steine da auf der Wand Den gewissen Buchstaben S Ja Schreiben Alle zu stören Alle Ja Alle Leben Da ist das Leben zurück Was soll man das? Ich hätte aber mehr Leben haben können Wenn du früher mir gesagt hättest Ja Na, Chicken soll nur noch ein bisschen warten Das war Ich musste erst mal schauen, wo das war Da war Chicken schon hier Plattformen Am Hüfen Ja, das Kannst du Geld haben Aber es liegt denn erst mal ein Rocket Jump Braucht, um da wieder hochzukommen Oh nein Die Plattformen da bewegen sich auch noch Vor dem Absicht gab es noch keine Rocket Jump Das muss man normal dann machen Da gibt es ja noch keine Option für Gegner? Nein Überleben war hier Achso Ja Schießt doch nicht auf mich Ich habe es dir doch viel näher Kann er holen Hohle Kugel Was haben wir jetzt da? Voll kann er holen Was soll er holen? Na jetzt ist noch mehr Leben Ja, das ist Sehr gefährlich aus Oh nein Oh nein Fünf von denen Drei? Nein, fünf Hühnchen Komme ich jetzt auf drei Errat mich, ich habe ein Serious Bomben Soll ich die zünden? Wenn reicher ist, ist es günstig Okay, ich zünd die Bomben Bye-bye, Hühnchens Naja, ich habe auch eine Deutsche Spieler Oh, da ist ein Gebetsch Yeah Oh, jetzt kommt die Idee Ich lese mich doch nicht mit fünf Hühnern an Hm, wow Wohl, wahrscheinlich schießen die eigentlich Böde schon mit der Maus Ich muss ganz zusammen wissen Tschüss auf mich, you ladies Ja, ist das Ich lese die Fehler, glaube ich so Ja Ja Sie können wieder, muss es sein Das ist ja nicht, ob wir zu loben und reiten sind nicht ein Problem Oh nein, da kommen die Zyklope Auf Mr. Clea, du weg Ja, genau, Zyklone Zyklope auf der Seite Junge Oder Mädel, keine Ahnung Was für ihr, was ihr für Geschlechter habt Das ist die Frage, die hier hinter mir Die hier ist hinter dir Ja, no man Hier hält nur Schrott Und doch Flinto Schrott und Flinto Hab ich gesagt Das macht mein Gesicht Ja, volle Bleis Beiseite Blei Das ist immer gut, finde ich Doppelt so besser Das war nicht sehr klug Sehr klug Ja, neben unter Intelligenz Leider nicht zu beidem Ja Wurde entzogen Neben Intelligenz Oh nein Und der Stecherleins Ja, wieder halt Oh, jetzt kommen die Fliegenden Bias Oh, jetzt kommen die Fliegenden Bias Zerbiertes Feuer Ja Ja Oh Nee, 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 nee Ich will nicht von dir gestoffen werden Gewenkt Obwohl von der Farbgebung her Sehen die außen so fest Das ist welcher Ja Das ist die Skopio, ne Ja, was müssen wir gehabt Oh Oh So ist man sind die nervigsten Insekten aller Zeiten Ich möchte da aus Und Ich will Wieso schön was essen Und dann kommen die anderen Nerven einiger Zeit Ja, ich wollte auch was haben Ich wollte es nur rach Ey, gib mal was abzickeln Droppi Ich will Teil von eurem Picknick sein Auch wenn ihr uns nicht eingeladen habt Ich will jetzt anderen Wieso Nee, da ist noch einer Biasa Biasa Ne, da ist noch einer Biasa Was ist das alles? Musik ist auf jeden Fall weg aus... Musik? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich muss auch über uns schauen also konstruktion da oben ja dann hat die dinge aber wieder zu wir werden man kann er öffnen und dann wird das seite mit der arena aktiviert was im schaden verursacht instinktiv richtig gewaltig genau wow alle händchen öffnen damit die kistalle halt immer dir nicht immer zu die kistalle hast du wie großer ja ja hat den auch ja ja der ist offen hat schon wieder ein geschlossen ja da ja da hat er schon wieder ein geschlosses hat er schon wieder ein geschlosses so ja ist in der open naja also das ganze halt geheilt also konnte ich ganz weit damit heilen das muss ich jetzt nicht das ich ich bin da habe ich ja dumm gelachen das ist so ein doofe lache ey ich habe keinen Bogen kugelwerpfei da ist sie jetzt weg, weil ich gestorben bin Ich habe eine Waffe. Wahrscheinlich, weil ich gestorben bin. Alles gut. Ich überlasse den Tier. Als Rache. Ich habe meine Bowling-Gugel gefressen. Drei Motionspakete. Rache, wir können das Bogen-Gugel-Karone. Hattet ihr. Rache, wir können das Bogen-Gugel-Karone machen. Aber es ist die Galaxie-Kap-FINALS. Kann nichts mehr als Saving-Gugel-Karone sein? Wir müssen ihn jetzt. Wer gewonnen? Wer gewonnen? Das ist alles, was du zu denken? Ja. Was wäre mehr als Saving-Gugel-Karone sein? Ja, richtig. Sam, du musst du den letzten Teil des Medallios. Wir sind hier. Home of Elvians. Dies war ein Nobel-Race. Sie haben sich das Medallion-Gugel-Karone-Gugel-Karone-Gugel-Karone-Gugel-Karone-Gugel-Karone-Gugel-Karone-Gugel-Karone-Gugel. Ich habe gehört, der Drakon kommt da once a month, um zu collecten Fee. Das wird deine Chance zu treffen, Cecil, Head-to-Head. Drakon-Gugel-Karone-Gugel. Drakon-Gugel-Karone-Gugel. Die Arena, die ganze Zeit voll Spikes überall. Yay, Kapitel ja abgeschafft. Bekommen auf Alien. Wie ist so ein Kapitel? Wieder ist abgestürzt. Beziehungsweise hat sich aufgehangen. Was? Alter, sehe ich alles schon für den Mist? Warte, wieder diese Application has my function error. Na gut. Kommt abgeschossen. Na gut. Soll ich schon beenden, oder? Ich komm mal rein für Verabschiedung. Ach so, okay. Ah, da waren wir ein Pünchen hier. Aber hey man, I need these secrets. Na gut. Nee, ein Pünchen ist da. Nee. Nee. Fliegende Inseln. Ja, wir sind hier, glaube ich. Welche Präzter war zum Beispiel? Elia Noah oder so? Elenir. Elenir. Keine Ahnung. Die 2S. Auf jeden Fall haben wir jetzt 4 von 5 Medaillons. Ja, und hier kommt Gegner. Okay. Hab ja Gegner getriggert. Ja, check mir fest, du dann. Jetzt ist er schon Gegner getriggert. Alter, wo stecken wir uns? Ah. Kann man. Ist das? Kann man auch gar nicht. Schaut mal. Ja, machen wir mal so eine kleine Preview. Wir sind bei einem Schloss. Wo wurde ich abgeschossen? Keine Ahnung. Ja, ich... Ja, wo ist die bewegen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine schönere Ansicht als die Ehen von Oblivion. Die sehen immer so krasslos aus. Ja, ich hab's noch. So. Vor allem, wie liege ich hier auf der Kanone, also breitbeinig. Da sieht gut aus. Nein. Guck nicht in, Rampi. Okay. Ich hab letzte Planeten. Ich hab' die letzte Planeten. Let's the level, äh, mein Kapitel. Wo wir haben wohl letztens zusammen müssen. Irgendlich frei, Kanone. Ja. Ah. Ah. Schön, eine angenehmere Ansicht. Ach Gott, das ist dann noch schon wieder so großer Ballet, da lebt uns noch kleinerer. Wie in der Insel, wie in der Unreal, weißt du noch? Damals in der Unreal, von der Felsen. Ja, weißt du noch Unreal? Ja, Unreal, wie ganz gut. Ja, Hundefutter. Ja, jetzt hab ich diese Antworten möchte, denn Mike ja ledigst. Voll jetzt teilbekommen. Natürlich, nach zwei Problemen. Erste Session hatte ich einen Spielabsturz. Zweite Session hat's... ... hier, Application... ...Mail Function. Dritte Session war alles in Ordnung. Jetzt hier die vierte Session wieder Application Mail Function. Das Spiel ist verflucht. Aber ey, das wird immer ein Zirkus. Gut, in der dritten Session hatten wir ja so einige Bugs. Aber im ersten Level. Ja, zum Glück nur im ersten Level. Das ist ein schönes Kapitel, kann ich schon was sagen. Oh, Happy Marcus. Sehr schön. Ja. Schau mal da runter. Man sieht zwar kaum Wiese, aber hey, sie sind gleich Schuss. Ein Fluss. Man ist so ein kleines Dorf. Ein Fluss. Und... Wasserfälle. Und noch zwei Wasserfälle. Einer vorne neben dem Dorf und einer hier ganz rechts. Wasserfälle. Wird bestimmt keine geheime Höhle hinter sein, ne? Leider nicht. Ja, Chicken. Natürlich ist auch nicht Gothic. Na gut, aber dann... Ich mag die doppelte Schrot, finde ich. Ich mag die einfach viel lieber. Ja, es war leider nur die Einzelne hier. Aber wie weiss. Weil, da unten ist schon mal... Die habe ich vorhin gesehen, als wir breitbeinig auf der Kanone lagen. Okay. Aber da bis zum nächsten Mal... Wir sollten die Session beenden. So, da müssen wir jetzt mal. Tschö. Ich habe das gar nicht gesagt. Okay. Gut. Ja, ich nehme auch auf. Ja, was was sagen? Wir sollten einfach in den Tod springen. Wirklich nicht mal. Unsichtbare Wand. Tja. Und wie soll es denn, es ist auch noch kein Wohlnacht, wenn wir dieses... Das erinnert mich irgendwie an, ähm... Ja, Titan Quest. Ja. Wie heißt die Stadt? Ist auf jeden Fall von Ragnarök. Einer der ersten Städte. Heudeburg? Ja, Heudeburg, glaub ich. Heudeburg. Heudeburg, ja. Heudeburg, wie Heudeburg. Ja, wie so viel Heu rumliegt. Oh, egal. Ja, ist ja egal, ist ja egal, ist ja egal, ja. Also rein, ciao.